Beim Küchentreffdehling in Olching bei München beraten wir Sie zu Ihrer Traumküche. Wir gestalten für Sie ein individuelles und ganzheitliches Konzept, um auch den höchsten Ansprüchen an die Qualität und das Design gerecht zu werden. Von grifflosen Küchen, modernen Küchen, Küchen in Insel-U- oder L-Form bis hin zu platzsparenden Küchenzeilen erstklassiger Qualitätsmarken und unterschiedlicher Materialien wie Holz, Glas, Stein, Keramik, Kunststoff oder Edelstahl. Wir haben nicht nur die passende Küche für Sie, sondern auch verschiedenstes Küchenzubehör wie erstklassige Öfen, Dunstabzugshauben, Spülmaschinen und viele weitere innovative Begleitprodukte namhafter Marken. Dabei beruhen all unsere Design- und Produktentwicklungen auf der Philosophie bester Qualität und eines bis ins Detail durchdachten Gesamtkonzepts. Denn wir planen Küchen, die Sie glücklich machen, damit Kochen zum reinsten Vergnügen wird. Der Küchentreff Dilling